Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema gehen, wie ich bei der S1000RR K67 die Launch Control richtig aktiviere und was ich bei einem Launch Start zu beachten habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Sobald ihr dann den Ort und die Strecke gefunden habt, wo ihr den Launch Control-Start durchführen könnt, geht es nämlich ums Wesentliche, nämlich um die Durchführung. Und die beinhaltet im Wesentlichen die Punkte, dass man den Startknopf drei Sekunden lang gedrückt hält. Dazu wird dann auch entsprechende Meldung im Display angezeigt, wie viele Launch Controls noch verfügbar sind und die weiße Leuchte oben wird dann eben dauerhaft leuchten, sodass ihr euch zeigt, dass die Launch Control aktiviert ist. Und die Kupplung muss selbstverständlich behutsam und mit Gefühl losgelassen werden, sprich nicht sofort. So, wir haben hier eben schon zwei Testläufe gemacht, deswegen haben wir jetzt noch einen verfügbar. Ich drehe den Motor hoch. Natürlich hätte man hier den ersten Gang auch noch ausdrehen lassen können, aber ich denke, um euch das zu zeigen, wie die Launch Control entsprechend funktioniert, sollte das verständlich sein. Hier, wir sind jetzt im dritten Gang und bei 50 kmh ist die Launch Control dann jetzt aus, weil eben ab dem dritten Gang die Launch Control ausgeht. Ja. Drei Sekunden festhalten, noch zwei verfügbar. Das war es im Grunde schon. Das Vorderrad ist nicht abgehoben, obwohl man hier am Gas komplett offen war. Man sieht also, das funktioniert zuverlässig. Ich hatte bisher noch keine Probleme. Ja, wir haben unsere drei Launch Controls jetzt im Prinzip verbraucht. Jetzt müssten wir eine gewisse Zeit fahren, bis sich das System wieder abgekühlt hat, um dann entsprechend wieder eine durchführen zu können. Ich denke aber, das Wesentliche habe ich euch gezeigt, wie es funktioniert, was man beachten sollte. Wie gesagt, Gashahn kann man offen lassen. Kupplung sollte man mit einigermaßen Gefühl loslassen. Und ab dem dritten Gang, 150 kmh, ist die Launch Control wieder aus. Das ist im Großen und Ganzen darüber wissenswert. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Ansonsten vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video.